Zum Welttag des Buches möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Buch vorstellen. Das ist die Ortschronik meines Heimatdorfes, Bracht. Die Geschichte einer niederrheinischen Gemeinde von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Unser schönes Dohlendorf feiert in diesem Jahr sein 900-jähriges Bestehen. Und da ist pünktlich Ende letzten Jahres diese tolle Chronik entstanden, die über 900 Jahre berichtet. Und von daher sehr, sehr viele interessante Informationen liefert. Ich muss gestehen, ich bin selbst kein großer Bücherleser, da ich halt in sehr vielen anderen Medien den ganzen Tag schon lesen muss. Aber es lohnt sich. Und hierbei, bei dieser Chronik kann man auch gerne mal sich häppchenweise einzelne Bereiche heraussuchen. Es stehen schöne Anekdoten drin. Es lohnt sich einfach. Die Geschichte betrifft sicherlich nicht nur unser Dorf, sondern ganz, ganz viele Dörfer, gerade auch am Niederrhein.